Da sehen wir uns mal wieder zu Among Us 3D. Die Folgen sind einfach wild, okay? Die Folgen sind wirklich wild. Also für mich sind sie sehr wild. Und für alle anderen auch. Viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr lacht genauso viel wie ich. Hau da rein. Bis dann. Sprinten durften wir nicht. Gut, dann mal los. Oh nein. Nein. Nein, ich hab den Scheiß-Task. Oh Gott, nein. Ich muss die Karte spypen. Ich kotze. Oh, wie war denn das nochmal? Der Scheiß hier. Oh, nee. Fuck, nein. Oh yes, I did it. Uff. Äh. Oh Gott, was? Nein. Nein. Was ist das? Was ist das? Hab ich wieder einen Töten? Ich geh nach vorne, ja? Ja. Reicht das überhaupt? Ich hoffe. Nee, Ray hat... Ah nee, Ray ist tot. Nee, Ray ist tot anscheinend. Ray hat reportet. Vor dem... Vor dem Licht. Was ist denn für ein Name, Alter? Das Licht war ultra schnell wieder. Ja. Das war wirklich instant wieder. Ja. Wer ist hellblau von euch? Wer hat das denn? Ich bin hellblau. Christian. Christian. Ich war mit... Ich war mit Mike gerade im Mad Bay. Ja. Ich, ich, ich. Also ich bin davon weggelaufen. Ach, der Sieh. Sie dürfte da gewesen sein. Ja, ich hab ein paar reingespannten. Ja, ich hab ein paar reingespannten. Ich krieg da einfach gut. Ja, das sind wir auch da. Der liegt bei Leitz. Ja. Wer hat denn die Lichter angemacht? Überhaupt. JV hast du mich gesehen? Ja, wahrscheinlich. Du bist noch roten. Sieben Sekunden. Also er hat es nicht angemacht und ist dann gekillt worden. Entscheidend. Sieben Sekunden? Hab ich geskippt? Ich weiß es nicht. Ja, man verheiratet. Ja, genau. Dating End sind 40. Dalu ist es. Meine Schuld. Dalu. 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 Also pass auf, Entschuldigung bitte. Ich bin hier gerade ganz vorne. Hallo. Der Grund, warum ich dachte, es sind nur noch 8 oder 7 Sekunden war, weil einer geskippt dann um die obere Zahl ging runter. Vielleicht hat der auch jemand rausgevootet. Das macht dich aber sehr verdächtig. Ich kann es dir nochmal zeigen. Ich war hier. Du fliegst dafür. Ah, da warst du. Also ich war da vorne. Kabel ist ja mal völlig geil. Wie soll man das denn machen? Navigation ist nicht so entscheidend. Kabel ist sogar noch das einfachste. Oh, hier ist ja gar nicht anonym voten. Huch. Wait, geht jetzt weiter? Geht einfach weiter, ja. Au, nee. Sprinten ist nicht. Ach du Scheiße. Ich wäre... Ich bin so am Arsch, man. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Task machen soll. Die ist doch verpackt, oder nicht? Wie soll ich das... Ey, man. Wies. Hä? What the fuck? Habe ich das jetzt fertig? Wie auch immer ich das gemacht habe. I don't know. I don't... I don't even know. Habe ich das jetzt fertig oder nicht? Ich... Ich... Ich weiß es nicht. Ich habe so keine Ahnung, ob das fertig ist. Ich habe so überhaupt gar keine Ahnung, ob das fertig ist. I don't even know. Okay. Jetzt kommt es... Hahahaha! Ah! Ich bin so am Arsch! Zwei. Ein. A- Drei. Un. Ein. Ein. Okay, 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 okay. Wer hat den gerade weggemacht? Vor meinen Augen. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Wer ist gerade in Cafeteria reingegangen? Wer ist an mir vorbeigelaufen und in Cafeteria reingegangen? Ich müsste vorbeigelaufen sein. Okay, Gabe hat gerade, wer war das? Welche Farbe war das? Maxi. Maxi hat gerade jemanden gekillt. Ich bin mir auch relativ sicher, das war Christian. Christian ist vor meinen Augen als zu einem weißen Kreis geworden. Kriegen wir alle Infos? Also es waren superviele Leute gerade da. Ja, warte, lass mal. Lila war in Oxygen bei dem unteren Ding in Edmund. Ich glaube, Dalu ist zudem bei den Relegation gegangen. Dann habe ich gerade Jay scheinbar an mir vorbeigelaufen sehen, in Richtung Cafeteria, nachdem das fertig war. Und Maxi wollte Richtung Lights gehen, hat auf dem Weg dorthin den Chris richtig weggeprügelt. Ich war schon an mir vorbei. Und ich habe im Eingang von Lights auch noch einen Kreidestrich gesehen. Aber warum machst du das denn, wenn du weißt, dass wir neben dir stehen? Kalle, wo stehst du? Ich stehe direkt vor Admin und habe gerade die Leiche da reportage. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin gerade um die Ecke. Zwischen Admin und Storage. Zwischen Admin und Storage. Leute, wir standen ineinander. Okay. Ich sehe den Lights-Eingang und da ist auch ein Kreidekreis. Also da, wo die gerade herkommen. Da war Sepp gerade drin. Ja, ne, ich stehe in Kalle drin quasi. Ich bin hart verwirrt. Ja, aber du warst vorher mit Mike in Lights und bist dann raus. Ich habe dich weglaufen sehen. Da standst du in Storage an den Benzin-Dingern. Ja. Kann man in der Wand sein? Vielleicht gar nicht wahrgenommen. Du sitzt in der Wand oder sowas? Nee, nee. Und hat zufällig weggesteppt? Nein. Sven, das ist, das ist Quatsch. Ich stand, ich stand jetzt gerade... Nein, du standst mit Mike und mir im Electric Club bin ich raus und du warst mit Mike da drin. Ja, das ist ja schon ewig her. Da lag die Leiche ja noch nicht. Ja, aber der ist genau... Was? Ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Mike ist jetzt nicht der um die Leiche, die, wo wir gerade drüber reden, die, die vor uns liegt. Mike und Maxi... Was ist denn die Leiche, die vor euch liegt? Aus meiner Sicht ist die Leiche von Christian entstanden und Maxi saß und weggelaufen. Voted, voted, voted. Maxi, Maxi... Hä, sie haben ja dran vorbeigegangen schon. Ja, was soll ich ja sagen, das ist das, was ich gesehen habe. Das ist das, was ich gesehen habe. Für solche dreisten Kids bin ich nicht gemacht, aber kann mich natürlich auch... Ja, das kann mich halt auch nicht, also Kalle stand direkt neben mir und Maxi kam. Tschüss. Okay. Los geht's. Äh, los, los geht's. Oh, fuck. Come on. Come on. Oh, shit. Nice, ey. Gleich beim zweiten Mal. Woo! Easy. Easy peasy. Oh, god. ARD Text im Auftrag von Funk Alter, ich hab gerade diese Scheiße gemacht Hallo, du hast direkt gerotet, das ist sehr gefährlich Bitte jetzt aufpassen, wo ihr hinklingt Also Lila Stand am Card Swipe Blau ist mir Cafeteria Entgegengekommen Rot stand Electric Orange ist mir Lower Engine entgegengekommen Und Grün ist im Kameraraum Gewendet Ich bin gewendet Wohin hab ich denn dann gewendet Du bist in den Kameraraum gerannt Ich bin dir hinterher gelaufen Hab mich links rechts angeguckt, du warst weg Ich bin da unten gegangen Und habe den Fuel gemacht Blau kann das bestätigen, der kam mir gerade entgegen Und hat gesehen, wie ich da den Fuel da reingepackt hab Da ist großer Bullshit Du bist rechts in den Kameraraum gegangen vor mir Ich bin orange Ich bin nicht mal reingegangen Okay Sven, wir beide hatten ein Lower Engine gesehen Da hast du mich doch auch noch angeguckt Ja dann bin ich aus dem Weg gegangen Ja aber hast du hinter mir nicht auch grün laufen sehen? Natürlich Orange war ja auch da Und der ist in den Kameraraum gerannt Ich wollte nur kurz sagen, der war auch bei Mike sehr verdächtig Weil er allein im Electrical war Hmmm Das ist aber Also das kann nicht sein Dann versuchen sie mich hier Doch, warst du? Nene, ja okay Aber Das kann nicht sein Blau müsste mir ein Alibi geben Weil ich war Lower Engine Und hab da gerade das reingefüllt Wo soll ich denn da hingewendet sein? Ich habe Sebastian gesehen, dass er bei Lower Engine was gemacht hat Okay, pass auf Ich kann aber nicht bestätigen, ob er nicht schon vorher gewendet ist Keine Ahnung Das waren 10 Sekunden Also ich bin mir, was ich gesehen habe, ziemlich sicher Ja dann hast du aber ganz schön viel Wotshoot gesehen Ja pass auf Die FOV, whatever Vielleicht habe ich mich, als ich mich nach rechts gedreht hast Bist du genau durch mich durchgelaufen Aber du wirst ja ausgeblendet, ne? Vielleicht ist das so, ich weiß es nicht Ja? Aber du wirst ja ausgeblendet, wenn ich zu nah an dir dran bin Aber für mich sah es so aus Du gehst in den Kameraraum Ich gehe dir hinterher, weil ich gucke mal, wo du bist Ich gucke mich links um Du bist nicht da Ich gucke mich rechts um, du bist nicht da Aber ist ja niemand gestorben, oder? Übrigens, ich habe missklickt Ich habe missklickt, glaube ich Es ist niemand gestorben Aber du hast die missklickt geboten Das heißt, du wirst missklickt Bin ich raus? Ich habe ein Fliegen gehört Keiner, was ist jetzt hier passiert? Ach komm Hui Tschüss Sepp Alles klar Sepp ist raus Ich muss jetzt meine Tasso erledigen Hier Oh Ich habe eine technische Frage kurz Falls die mit Ja beantwortet wird, dann darf ich nicht mehr mitdiskutieren Wenn man die Namen sieht und ein gelber Rahmen drum ist, was bedeutet das? Befreundet oder nicht Also es kann sein, dass du mit anderen erfreundlich ist das Okay Weil ich bei dir die ganze Zeit so ein Also bei Discussion habe ich immer an Und dann sehe ich bei dir halt so ein gelben Dings Und dann dachte ich so Alles auch nicht mein Freund Das heißt glaube ich, dass ich Confirmed Crewmate bin Warte, das ist ja Nein, genau Übrigens, was ich aber jetzt auch wichtig nochmal zu sagen Ich habe super viele Infos gerade von Dalu bekommen am Anfang Und er hat alles falsch gesagt irgendwie Moment, du fandst Electric oben rechts am DBD-Task Das stimmt Ja, aber du hast irgendwie keinen Zeitpunkt genannt Alles falsch Also, okay, alles falsch ist falsch ausgedrückt Ähm, es war richtig, aber der Zeitpunkt, da war mir nicht klar Ich erzähl euch meine Route Ich lauf los aus Cafeteria Zack, blau kommt mir entgegen Wir gucken uns hier an Er läuft da hinten weg Ich lauf weiter Guck in Admin rein Ah, da hinten swiped Disi die Karte Ich lauf an Electric vorbei Guck rein Ah, hinten rechts Kalle Ich geh weiter Ah, Orange Schönen guten Tag, wie geht's? Ich seh grün, er geht Kameraraum Und er ist weg Ey, sorry, aber dieses Zeit-Totschneiden Warte mal, warte mal, warte mal Können wir voten? Können wir Dalu rausvoten? Nein Ja, danke Das ist schon wieder Zeitpunkt Dalu wäre jetzt eigentlich Ja, weil Es gibt kein 1 gegen 1 Weil sonst ist das die einzige Aussage Also ich glaube erstmal Wir liegen mit Sepp richtig Und mit Max gefallen Das kann sein Und Zay versucht Hat Sepp in der Hand Ja, ich bin bei Dalu Ich vertraue ihm Ich hab halt Sepp gedeckt Indem ich Der hat halt Er hat halt recht gehabt Weil er halt in Lower Engine stand Ich vertraue Dalu Ich vertraue Dalu Ich will Zay Also mich jetzt zu flippen wäre falsch Ich fand das ja auch alles logisch Was er gezählt hat Ja, ich würde sagen J flippen J flippen J flippen Ich hab Dalu geflippt Ich gönne Kalle die YouTube-Runde Hallo Witzig wärs Witzig wärs Also witzig wärs wirklich Kalle, wenn du Imposter willst Let's go Dann Nee, ich fliege ihr Ihr habt mich einfach voted Das ist ja nicht Das wär so mies von euch Ich fick euch Tschüss Wow, ihr Schweine Ich muss kurz das Ding hier nochmal Okay Ich bin mir Ja, genau deswegen war er nicht bist du die Likes anzumachen Oh mein Gott. Alter Sven. Stressig. Not bad. Alter Sven. Maxi natürlich. Ich guck's mir wirklich an. Es ist super cool. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Wieso bin ich mal hier weggewendet? Weißt du da? Dalu, jetzt hast du auch endlich ein Upvote. Mein größter Fail in Among Us 3D. Du meinst, nachdem du mich flippen wolltest? Naja, du hast halt... Wieso? Das ist doch nur logisch. Nachdem du halt Sebastian gecallt hattest. In Among Us 2D machen wir die 101-Flip nicht. Und jetzt halt schon. Und so. Aber Dalu, du hast schon hart gegen mich geshootet. Und hast aus den Fingern gesogen, was falsch war. Und dadurch bist du verdächtig. In den Fingern gesogen. Ich hab das gesagt, was ich gesehen habe. Ich hab das gesagt, was ich gesehen habe.